hallo und herzlich willkommen auf unserem kanal heute zeigen wir euch ein neues spiel das wo man ausprobieren will das banana joe und jetzt macht noch mal was zum herrichten auspacken so der lion steckt jetzt die bananen und den offenen rein jetzt erkläre ich mal die spielregeln der würfel zeigt eine banane da lässt du eine banane dann ausserziehen und dann können wir auf dem spiel würfel nur zwei bananen dann ziehst du zwei bananen raus zwei bananen da lässt du dann zwei bananen ausserziehen bei der banane wo die schleife oben ist als vom mitspieler seiner wahl eine geschenkt eine banane und bei diesen klaubanane lässt du von einem spieler eine banane nehmen so dann fangen wir mal an so leon du fängst an auch geht noch nicht haben wir noch keine banane geht auch noch nicht die schleife zwei ah ja und wenn der Affe wopft dann kannst du den natürlich vorn und dann hast du einen bonus jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen vielleicht kann ich auch gewunger ich habe zwei bananen gehabt so fangst du zwei eins zwei eins zwei ich habe bei Angst eins zwei eins zwei ich habe es die 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 so jetzt können wir uns schauen wie viele Bananen jeder hat und der, die am meisten die Bananen hat, der hat gewonnen die 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 auch die 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 dann macht man noch mal von vorne So, fangst du wieder an. Das geht noch nicht. Banane klaucht. Geht deine Hände. Und da noch nicht. Ja. Eine Banane. Ups. Schon wieder vorbei. Leg noch mal ein. Leg noch mal ein. Okay. So, fangst du mal an. Eins. Und geht noch durch. Banane klaucht. Zwei. Da geht noch mal rein. Alle wieder rein. Warte mal. Jetzt stecken wir. Auf, jetzt. Das kann ich nicht mehr geben. Das geht noch nicht. Eins, zwei. Bananenklau. Oh, Bananenklau! Ich bekomme eine geschenkt. Eins, zwei. Oh, Bananenklau. Von wem klaust du nicht? So eine von Lukas oder von mir? Von mir. Zwei. Eins, zwei. 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 Vielen Dank.